kommt wir machen mal kurz das was ich gerade eben gesagt habe und dann gucken wir mal was übrig bleibt also diese die drei steile und hier brauchst du ja nicht für diese aber lasst doch mal bitte ich werde dann im anschluss gucken was übrig bleibt weißt du meine eigene theorie bei der theorie bleibt noch einer üblich wir lösen das jetzt also bis wir es lösen ihr könnt ihr einfach zum nächsten part klicken ja wir machen einfach an der stelle schneiden wir das so dass der nächste part dann anfängt wenn das rätsel vorbei ist es nicht lösen und schaffen das schon lösen vielleicht ist die leute ja nicht interessant was noch zu bedenken ist da ist dass die macher ja die grünen dafür programmiert haben dass die länger sind also ja genau das habe ich auch überlegt dass der orange dass die schluss kommen müssen ja vielleicht auch einfach dass an einer stelle zum beispiel vier nebeneinander das heißt du kannst keiner verrücken aber er explodiert orange und dann kannst du doch noch einfachen weißt du normalerweise in so vier vier in dem vierer block hast wie so ein tetris vierer block dann kannst du ja keiner verrücken aber wenn einer davon explodiert kann man die anderen doch verrückt ich glaube es ist nicht zu kompliziert ich habe es ja schon mal gelöst ich vergesse das ist die motivation folge aber es ist doch besser das ist beschreibt die intensität des rätsels das ist ja ich glaube du schreib dass wir nicht ja nichts tolles überhaupt überlegen wie einer überhaupt möglich ist hier zu kommen weil das ist unser einziges problem ja wir kriegen nie ein hier das ist erstmal überhaupt nur daran arbeiten wie kommt überhaupt einer sein wenn hier einer stände und hier vielleicht einer dran geschossen würde wie würde einer hier dran geschlossen wenn der untere nach rechts geschossen würde so käme einer schon mal hier jetzt warte 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 einfach so ist auch einfach guck mal nein jedenfalls wer da wenn du ja und dann der hier und dann der runter der den rest ist also wie immer der rest ist so wie immer das hätten wir ja ich bin doch daran erinnern also der untere muss nach rechts der untere der graue nein der muss nach rechts der graue ich meine genau ich meine ha 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 und jetzt der linke nach oben an dem du da stehst der grüne nein noch nicht doch okay ist egal schießt auch wie gesagt die geben so wir müssen ja alles gleichzeitig machen ja aber der steht ja schon was macht das steht ja schon ja okay der gelbe ist zu explodiert aber das macht ja nichts ja die brauchen wir gar nicht mehr warte mal der grüne muss jetzt runter ja schießt und deswegen sind auch einige länger als andere ja da ist weil einige halt darauf stehen bleiben müssen und andere ist nur aber das wäre so mit glück juhu nächster part also ich konnte es ruhig übersprungen haben aber das wäre jetzt ehrlich schon zu später die information des späterkampf der merkte es einfach oder wir merken es aber eigentlich so schwer war es auch nicht oder aber wir müssen früher gemacht wenn wir das nächste gar nicht geschafft haben wir haben es nicht versucht aber kann man dann auch nicht hier kann man nicht auch hier hin warte mal der untere muss nach rechts ganz klar ja klar und der muss nach rechts der ganz klar und das ist deutlich einfach und das geht schon nicht mehr weil die kann ist ja ne weil ach ach so okay ich lasse einfach wir sollten ja auch erst zum schluss zum schluss machen nein nein egal so ich lockte ihn jetzt ab ich glaube ich habe jetzt einmal auf ist dann bleibt so ja klar das bleibt immer auch wir müssen versuchen erst mal den zu dürfen und das geht folgendem was ja du darfst nicht so viele kisten verwenden aber nur eine aber es geht nicht mehr sorry weil wir müssen den schon nehmen ich gucke einfach nicht wo ich hinlaufe ich glaube einfach nein oh ich habe eine sms bekommen mal gucken ob der auf ist ja der ist auch was hast du gesagt gucken was hinter den kisten ist soll ich von dem ein grüßen du mich ja wenn wir den namen verwenden denn es weiß das ganze internet wir meinen die europäische vielleicht der warte der im ersten let's play an das ist der obachter aber das auch die gemacht was das aber doch du kannst von was er hat gebracht das jetzt ist einfach ein anderer weg und du hast ein rätsel man ich dachte wir finden jetzt ein episches schwert nein aber du kannst von von woanders hierher gelangen wenn wir den anderen weg genommen hätten ja was mit namen denn es ist okay nein das meine ich ja gar nicht meine es tröst mich nicht dass wir das rätsel geschafft haben und dadurch nur einen komplizierteren weg haben doch also ich habe bereits dran gehe mache ich doch los ich musste schon wieder ein witzel ich glaube die höhle ist die ich mache einfach wie ich denke das hat sich sehr erfolgsversprechend ich meine das klingt ja fast die quere gelaufen vorsicht ich schaffe das siehst du ich glaube das war es noch zwar intuitiv warte mal wir bräuchten jetzt eine glocke das wäre ja sehr gut ist hier meine ich glaube nicht ja wenn du glaubst dass hier keine ist macht es absolut sinn nachzugucken dann weiß ich es auch nicht doch nee es verkehrt glauben wir es ja nicht wissen oder ich nage einfach den hier fest was irgendwie nicht klappt das ging was müssen wir machen alle tüten alle tüten alle tüten ja genau alle tüten block den an die bombe ja mach ich hallo 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 ich denke mir das anders noch musst du ja gleich aufhauen warte mal ich werde das mal kurz für boah was es geht gleich ne und das geht auch in einem zug das geht in einem zug ja lass es mal wieder überlegen wie das geht ok aber das geht in einem zug siehst du bei dem muss man nicht beachten dass der orange irgendwo explodiert das weiß ich doch der orange das ist ja schon mal klar der explodiert diese wand hier ja also daran gibt es ja kein zweifel aber das blöde ist nicht mach nicht mach nicht mach nicht weil wir können es doch nicht nochmal probieren wir können es doch nicht nochmal in einem zug probieren weil äh das Loch bleibt gesprengt wenn du das einmal sprengst ja ist ja gut und wir wollen doch die herausforderungen annehmen das in einem zug zu probieren oder ja ich jedenfalls also wie könnte das funktionieren hätten wir auch so also wir müssen irgendwie diesen hier wir müssen irgendeinen hier anbekommen wie könnte das gehen ja durch das Loch natürlich wir müssen den gleichen Weg nehmen wie den orangen nur dass er dann eine stufe weiter kann warte mal ich wüsste ja immer das macht wie Moment äh so den grauen machen wir so hm doch ich warte mal ja 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 zuerst ne das ist schonmal falsch erstmals den orangen und deswegen wenn der orange gemacht ist kann man immer noch weiter überlegen aber ich weiss es schon eigentlich schon ne aber der orange könnte ja irgendwie helfen nein warte lass mal ne ich weiss es ich weiss es sicher? ja guck mal so 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 das funktioniert nicht na klar ok doch was ne er und so am der hat hat warte mag auf na warte auf 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 auf